Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentweg. Auf jeden Fall solltest du diesen Podcast anhören, egal ob du Aktien schon besitzt, ob du Aktien kaufen willst oder ob du Leute kennst, die sich mit Aktien beschäftigen und damit erzählt haben, dass sie damit viel Geld verdienen. Es geht heute um das Thema Wirecard. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Wirecard, ein Finanzkrimi. Tja, was ist passiert? Möglicherweise hast du das gelesen in den Zeitungen, in den Nachrichten, die sind ja vollgespickt damit. Wirecard, das Vorzeigeunternehmen aus dem deutschen DAX. Ist insolvent. Insolvent heißt, wir haben kein Geld mehr, wir melden Insolvenz an und es wird ein Insolvenzverwalter bestellt, der gucken muss, ob genug Geld da ist, um die Gläubiger eines Unternehmens zu befriedigen. Jetzt geht es aber darum, das Thema Aktie. Tja, der Deutsche, wie ist er eigentlich auf Aktien zu sprechen? Meine Erfahrung ist, der Deutsche scheut sich, in die Aktie reinzugehen. Der Deutsche geht gerne in eine eigene Immobilie rein, ein Eigenheim. Er hat vielleicht eine vermietete, fremdvermietete Wohnung. Er hat vielleicht die ein oder andere Goldmünze und vielleicht ein paar Investmentfonds, ein bisschen kleines Depot. Aber in der Regel hat der Deutsche, wenn man das international mal vergleicht, sehr, sehr wenig Geld in Aktien investiert. Bestätigt sich jetzt, ich habe es mal wieder richtig gemacht. Wirecard ist pleite, hätte ich da investiert, wäre mein Geld jetzt futsch. Na, ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Nach wie vor ist eine Aktie, eine Unternehmensbeteiligung sehr, sehr interessant, denn du kannst mit Aktien gutes Geld verdienen. Aber einem guten Verdienen gegenüber steht natürlich auch immer ein Risiko. Und das möchte ich mit dir jetzt im Folgenden am Beispiel Wirecard besprechen. Also auch wenn du keine Wirecard-Aktie besitzt, hör rein. Und es ist wichtig, damit du dir über deine Risikoeinschätzung mal klar wirst und auch vielleicht den einen oder anderen Tipp bekommst, an den du vorher nicht gedacht hast. Ja, der DAX ist ein Unternehmen, wo die 30 größten kapitalstärksten Unternehmen Deutschlands gelistet sind. Und man ist schon ein bisschen geadelt, wenn man im DAX drin ist. Das sind so die Vorzeichenunternehmen. Naja, wenn man sich überlegt, die 30 Unternehmen, wenn man die Werte alle zusammenrechnet, ich glaube, die kommen noch nicht mal an den Wert von Amazon ran. Das heißt, Amazon repräsentiert über 30 DAX-Werte von der Kapitalisierung. Wie ein Vielfaches. Das heißt also, der DAX ist aus Sicht der Deutschen immer ein ganz wichtiger Index. Aber international gesehen ist der DAX einfach nicht so bedeutungsvoll, wie der Deutsche immer meint. Und es lohnt sich da, über den Tellerrand mal hinauszuschauen. Denn es gibt viele, viele Unternehmen auf dieser Welt, 1000 D. Und da kann man seinen Fokus nicht nur auf 30 Unternehmen richten. Aber dadurch, dass es ein Index ist im DAX, müssen viele Unternehmen in den DAX investieren. Weil es heißt, Mensch, das sind tolle Unternehmen, die sind wertstabil. Und Wirecard hat die Commerzbank damals aus dem DAX verdrängt. Und wurde wirklich als interessantes Unternehmen gehypt nach dem Motto, hey, das ist das Vorzeichenunternehmen Deutschlands. Und auch die Politik hat versucht, im Ausland, zuletzt auch bei einer China-Reise, dem DAX-Konzern das ein oder andere Türchen zu öffnen. Was aber legitim und normal ist, dass Politiker versuchen, eigene Unternehmen im Ausland natürlich zu fördern, zu halten und Kontakte herzustellen. Das ist ein ganz normaler Weg, dass davon auch hier der Politik nicht anlasten. Das machen einige Leute, die hätten das erkennen müssen, dass das Unternehmen nichts wert ist und so weiter. Im Nachhinein kommen immer Leute aus den Löchern und sagen, ja, habe ich ja schon vorher gewusst. Das hätte nicht klappen können mit diesem Konzern. Was ist denn genau passiert? Wirecard vom Geschäftssystem ist ein Zahlungsdienstleister. Das heißt, die haben im Prinzip keine tolle Technik erfunden und so weiter. Kommen ursprünglich aus dem Glücksspielbereich. Da sind auch, habe ich mal ein bisschen nachgelesen, mal recherchiert, einige ganz merkwürdige Sachen gelaufen. Da gibt es ehemalige Mitarbeiter, die das System so ein bisschen mal offen getan haben. Glücksspiel ist ja auch eine verbotene Sache. Das darf nicht so einfach gemacht werden. Da sind durch Tricks und viele nicht legale Dinge wohl Sachen gemacht worden, über die aber irgendwann keiner mehr geredet hat bei Wirecard. Weil die Wirecard-Chefs haben sich super verkauft. Als tolle Manager, die im Prinzip innovativ sind, die tolle Zahlen vorgewiesen haben, tolle Wachstumsraten vorgewiesen haben. Und sagte, hey, a new star is born. Und interessanterweise haben viele Analysten dieses Unternehmen positiv beurteilt. Naja, was willst du machen? Du sagst, hey, das Unternehmen ist im DAX drin. Es wird so gehypt. Also kann ich doch eigentlich auch Geld investieren. So weit, so gut ist doch eigentlich eine ganz klare Sache. Denn was kann ich machen als den, der Geld anlegen will? Ich kann alles lesen, was ich im Prinzip über dieses Unternehmen finde. Und die Presse war größtenteils positiv. Aber, und jetzt kommt es auf, vor Jahren gab es schon Vorwürfe gegen Wirecard. Da stimmt etwas nicht. Die Zahlen sind nicht nachvollziehbar. Das Geschäftssystem ist nicht gut und so weiter und so fort. Und es kamen Verdächtigungen beispielsweise auf. Wirecard hat eine eigene Bank gegründet. Und diese Bank hat dem Mutterkonzern Geld geliehen. Was eigentlich auch gar nicht sein dürfte. Das sind so Sachen, die hier und da jetzt alle mal hochplätschern. Und die an das Tageslicht kommen, wo man merkt, oh, bei Wirecard haben wohl viele, viele Leute die Augen zugemacht. Auch der Wirtschaftsprüfer EY, also Ernst & Young, ist eine Wirtschaftsprungsgesellschaft, die damit beauftragt war, das Unternehmen zu prüfen. Denen werden mittlerweile Vorwürfe gemacht, dass sie nicht richtig hingeguckt haben, dass sie die Bilanzen hätten gar nicht testieren können. Zuletzt war das auch so, dass sie gesagt haben, wir wollen den Jahresabschluss nicht testieren. Das stimmen Sachen nicht. Und das hat natürlich auch den Stein ins Rollen gebracht. Und das Bundesaufsichtsamt, das BaFin, das eigentlich hingehen muss, nicht eigentlich, dass die Aufgabe hat, Unternehmen zu checken, hat so laut Experten seine Aufgabe in keinster Weise erfüllt. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, es scheint ein ganz großes Betrugssystem zu sein, denn es kommt mittlerweile raus, dass hier gefakte Konten im Prinzip und gefälschte Kontoauszüge vorgelegt worden sind. Denn angeblich hatte Wirecard auf den Philippinen 1,9 Milliarden an Geld geparkt. Leute, 1,9 Milliarden parkt man mal eben als Unternehmen. Das ist ja natürlich auch kein Pappenstil. Das hat nicht jeder in seinem Portemonnaie. Und diese Zahlen sind immer wieder rumkursiert. Ja, wir haben diese Rücklagen, aber es hat sich jetzt wohl herausgestellt, Es deutet sich an, dass das alles Luftnummern waren, Luftschlösser waren. Das Geld ist überhaupt nicht vorhanden. Es handelt sich wohl, wie jetzt immer mehr herauskommt, um ein ganz klares Betrugssystem. Und eins ist natürlich klar, wenn einer betrügt und anscheinend so cool das ganze Betrugssystem aufgebaut hat, dass selbst Profis wie EY, wie der Wirtschaftsprüfer das nicht sofort hat, erkennen können, wobei aber auch die Frage zu klären sein wird, haben die überhaupt den Prüfungsauftrag gehabt, bestimmte Sachen zu prüfen? Das muss man sich auch immer überlegen. Das heißt, wenn du in der Öffentlichkeit etwas liest, heißt nicht immer, dass das so war, sondern es wird natürlich auch von vielen Seiten Vermutungen jetzt losgetreten und Anschuldigungen gemacht. Ob die alle so tragbar sind und sich bewahrheiten, das wird natürlich alles zeigen. Aber eins ist klar, Wirecard hat Insolvenz angemeldet. Was heißt das jetzt für ein Aktionär? Sei es, du bist jetzt Aktionär, du hast eine Aktie gekauft, da bist du sogenannter Aktionär. Du bist also nicht Schulden- oder Gläubiger, du hast ja dem Unternehmen kein Geld geliehen. Das ist immer, was manche Leute vielleicht ein bisschen verwechseln nach dem Motto, ach ja, dann habe ich jetzt einen Anspruch, die sind pleite gegangen. Nee, nee. Du bist als Aktieninhaber, bist du Mitinhaber der Firma. Das heißt, der Insolvenzverwalter, der jetzt eingeschaltet worden ist, macht erst mal einen Kassensturz und guckt, was ist überhaupt an Geld da? Was ist zu verteilen? Und dann werden erst die Gläubiger befriedigt. Das heißt, die Leute, die denen Geld geliehen haben, die Darlehen gegeben haben, Geschäftspartner, die noch von denen Geld bekommen etc. Und wenn dann eine Quote übrig bleibt, dann bekommst du vielleicht als Inhaber noch ein bisschen Geld raus. Aber Experten gehen davon aus, vergiss es, da ist wohl nichts mehr zu verteilen. Die zweite Sache ist, wie komme ich vielleicht als Aktionär an mein Geld? Was kann ich machen? Naja, der Kurs ist ja dermaßen abgestürzt. Die Aktie ist natürlich noch immer ein bisschen mehr als Nullwert. Manche Leute spekulieren, da geht der Kurs schon mal ein bisschen rauf und runter innerhalb von ein paar Tagen. Nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber eins ist klar, die Aktie wird wohl nie wieder den Stand erreichen, den es hat. Das heißt also, du kannst nicht durch steigende Aktienwerte deine Verluste kompensieren. Was gibt es dann für Hoffnung? Welche Ansprüche hast du als Aktionär? Wenn du Wirecard verklagen willst, dann viel Spaß dabei. Das war jetzt ironisch gemeint. Ich persönlich sehe das so, und auch andere Experten sehen das so, dass hier wohl kaum eine Chance besteht, von Wirecard irgendwas herauszubekommen. Denn wenn die Firma pleite ist, ist nichts zu holen. Und auch die Vorstände, die haben zwar eine sogenannte D&O-Versicherung. Das heißt, wenn sie als Vorstand irgendwelche Sachen falsch machen, dann gibt es eine D&O-Versicherung, die dafür gerade stehen soll. Aber bei Vorsatz und bei Betrug zahlt diese Versicherung nicht. Abgesehen davon sind die Versicherungssummen auch begrenzt. Und der Schaden, der hier entstanden sein soll, ist so hoch, dass man von ausgehen kann, dass hier aus der Versicherung gar keine Leistung kommen wird. Meines Erachtens nicht kommen wird. Wenn etwas kommen sollte, wird es mit Sicherheit nicht ausreichen, dass die Aktionäre hier befriedigt werden können. Also nächste Sache, wen kann man noch verklagen? Es sind ja jetzt schon Sammelklagen gemacht worden. Beispielsweise in den USA ist eine Sammelklage gemacht worden, weil Wirecard vorgeworfen wird, dass sie gegen US-Börsenaufsichtsregularien verstoßen hat. In Deutschland hat ein Rechtsanwalt oder Süddeutschland, glaube ich, der Tilp ist das, mit seiner Kanzlei schon im Mai, also vor der Insolvenz, schon eine Klage eingereicht. Angeblich auch schon gegen den Wirtschaftsprüfer, gegen Ernst & Young. Nach dem Motto, Ernst & Young hat seine Aufgabe, seine Pflichten verletzt und nicht richtig ausgeübt. Da muss man auch gucken, was hat die überhaupt für einen Prüfungsauftrag. Die Frage ist, bei Ernst & Young ist sicherlich ein Top-Unternehmen weltweit aufgestellt. Was ist bei denen zu holen? Das heißt, eins ist klar, aus meiner Sicht, wer wird verdienen? Die Rechtsanwälte werden Geld verdienen. Auch mein Tipp, bevor du dich irgendeiner Klage anschließend und da Geld nachschießt und einzahlen musst, das heißt immer so schön, werfe kein gutes Geld dem schlechten Geld hinterher, das ist eine sehr gute Lebensweisheit, solltest du genau dich informieren, was hat eine Klage überhaupt für einen Vorteil für dich, was hat eine Aussicht und vor allem, was musst du zuerst mal ein Geld dort reintun, um dabei sein zu können und du musst dich darauf einstellen, das Ganze wird Jahre dauern, bevor das geklärt ist, weil eins ist klar, da wird vor Gericht natürlich gestritten, es werden Aktenwerke erstellt, die durchgearbeitet werden müssen, es werden Gerichtstermine gemacht, noch und nöcher, die vertagt werden. Man geht im Prinzip in der Branche davon aus, dass es mehrere Jahre dauern kann, bevor hier überhaupt klar ist, was gelaufen ist und wer was bekommen könnte. Das nächste Thema ist, ist Ernst & Young haftbar zu machen? Hatte ich schon mal kurz angesprochen, die Bonität ist vermutlich da, aber auch wenn Ernst & Young verklagt wird, ist die Frage, was kann dabei rauskommen? Hier gilt das Gleiche, wie wenn man Wirecard verklagt, was ist da wirklich zu holen, wie lange wird das dauern etc. Dann gibt es natürlich die BaFin, die BaFin, das Aufsichtsamt, die ist aber, so sagen Experten, freigestellt von einer Haftung. Du kannst die BaFin nicht so einfach verklagen, weil letztendlich gesehen, wenn da was zu holen wäre, haftet der Vater Staat, der Steuerzahler, aber das BaFin kann als Ministerium des Bundes sich irgendwo anscheinend freisprechen aus der Haftung, aber Rechtsanwälte versuchen, das im Prinzip über einen anderen Hebel zu machen, denn das BaFin hat hier ein anderes Unternehmen beauftragt, die Prüfungen vorzunehmen, Teilprüfungen vorzunehmen und diese Firma hat anscheinend diesen Auftrag nicht erfüllt, meine Rechtsanwälte, und glauben aufgrund dessen, weil das BaFin den beauftragten Prüfer, der das dann, die Aufgabe des BaFin übernehmen sollte, nicht dann hinterfragt hat und kontrolliert, dass sich dadurch möglicherweise eine Haftung ergeben könnte. Er merkt schon, wie ich das formuliere, das ist sehr, sehr komplex, das Thema nicht einfach, Juristen freuen sich darauf, wie gesagt, die Juristen werden auf jeden Fall Geld verdienen, was jetzt für den Aktionär rauskommt, das steht aus meiner Sicht wirklich in den Sterne. Dann das Nächste, ja sind Bankberater haftbar, du bist möglicherweise zu einer Bank hingegangen, der Bank hatte gesagt, hey Wirecard ist ein Deal, kannst du Geld drauflegen, naja, der Bankberater, ob der haftbar dafür zu machen ist, der müsste dir schon ein Versprechen abgegeben haben, nach dem Motto, ich garantiere dir, die Bank garantiert dir, du wirst die und die Rendite erzielen, etc. Ein Banker muss eine Risikoprüfung machen und bei einem DAX-Unternehmen muss er mit Sicherheit davon ausgehen können, dass es hier um ein seriöses Unternehmen handelt. Die ganzen Nachrichten, die er auf den Tisch bekommen hatte, vielleicht zum Zeitpunkt der Empfehlung, waren vermutlich positiv, dass die Aktie gut gehypt war, dass viele Begutachter viele Prüfstellen gesagt haben, also Analysten besser gesagt gesagt haben, Mensch, diese Aktie ist empfehlenswert und so weiter. Also nach bestem Gewissen, nach bestem Gewissen, konnte eine Bank so etwas empfehlen und ob du da im Prinzip einen Haftungsabschluss gegen deine Bank stellen kannst, das wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, du hast dem Banker gesagt, hör mal, ich habe hier 5000 Euro, das ist mein einziges Geld, was ich habe, das Geld muss ich in einem Jahr zu 100% zurückhaben und er hat dir dann gesagt, da machst du Wirecard, dann wäre das ein Beratungsfehler gewesen, aber ich glaube, das war nicht so. Da gibt es vermutlich vielleicht den einen oder anderen Fall, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so gewesen ist. Also auch gegen Banken da etwas herauszuholen, ist sehr, sehr schwer. Du siehst also, ein DAX-Unternehmen kann auch pleite gehen, muss nicht pleite gehen. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Fall, der alle paar Jahre mal vorkommt, dass ein DAX-Unternehmen so heruntergewirtschaftet worden ist, durch betrügerische Machenschaften im Prinzip hier so vor die Wand gefahren worden ist, das wird auch strafrechtliche Folgen für die Beteiligten haben. Die Vorstände sind ja zum Teil auch schon untersuchungshaft. Ich glaube, einer ist sogar noch flüchtig, auch ganz dubios, wo er sich aufhalten soll, angeblich auf den Philippinen. Da gibt es Ein- und Ausreisestempel und so weiter. Also da ist schon ein hammermäßiges Betrugssystem dahinter, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Aber was heißt das jetzt für dich, der vielleicht mal sagt, hey, ich habe jetzt auch Aktien von anderen Unternehmen, ich habe vielleicht Investmentfonds und so weiter. Was bedeutet das eigentlich für dich? Solltest du jetzt die Finger weg verlassen von Aktien? Nein, solltest du aus meiner Sicht nicht. Du musst dir bewusst sein über eine Risikosituation, dass Aktien ein Risiko in sich bergen natürlich, dass ein Unternehmen auch pleite gehen kann. Und wenn du dann nur alles auf ein Pferd gesetzt hast, sprich auf ein Unternehmen dein Geld eingesetzt hast und das geht pleite, dann haben wir einen Wirecard-Fall. Aber das ist auch, was ich meine, man dann immer wieder sage in Besprechung, wer streut, kriegt Freude oder wie die Oma immer sagte, lege nicht alle Eier in deinen Korb, denn wenn der Korb dann hinfällt, dann können alle Eier kaputt sein. Also musst du deine Eier, dein Geld richtig schön verteilen. Also nach wie vor, wenn du Aktien machst, streue das Ganze sehr, sehr, sehr breit, kauf dir viele Aktien und wenn beispielsweise eine Aktie in deinem Portfolio nur 3% ausmacht und diese Firma geht pleite, dann hast du nur für 3% deines Geldes Risiko gehabt, aber die anderen 97% werden davon nicht betroffen und können Rendite erwirtschaften. Wer da im Prinzip breiter aufgestellt sein will, der kann das über Investmentfonds machen oder über ETFs. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, wo du ganz, ganz breit streuen kannst, auch mit sehr, sehr guten Renditemöglichkeiten. Also nochmal zusammenfassend, ja, Wirecard ist ein Riesenfinanzkrimi, ein Riesenskandal, die Leute, die dort Geld investiert haben, ich habe jetzt mittlerweile auch über 2-3 Leute gehört, die da sogar 6-stellige Summen investiert haben und die, naja, die da nicht amused drüber sind, bedeutet es, das Unternehmen ist überhaupt nicht gut gelaufen, aber es heißt bei Weitem nicht, meide die Aktie, denn du hast nicht viele andere Möglichkeiten, Renditen zu erzielen und eine Aktie, eine Unternehmensbeteiligung gehört ganz klar dazu und sei dir bewusst, es ist eine Unternehmensbeteiligung mit Chancen und Risiken und du musst grundsätzlich, und das ist eigentlich mal den Tipp, den ich hier zuletzt noch mit auf den Weg geben möchte, du brauchst eine Strategie, wie du dein Vermögen aufbaust, was will ich, womit, wann erreicht haben, welches Risiko bin ich bereit zu tragen, wie viel Zeit habe ich, auch um Verluste, die auf dem Papier entstehen, aufzuholen etc. und passt die Strategie zu meiner Denkensweise. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und wenn man das macht, da ist die Aktie immer ein Bestandteil, wo man sagt, das passt in die Strategie hinein, das Portfolio, das nimmt man mit rein, aber aufgrund eines solchen Skandals, die Aktie zu meiden, halte ich grundsätzlich für falsch. In dem Sinne, ich hoffe, du hast ein paar Tipps von mir mitnehmen können. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes bewertest und vielleicht auch eine schriftliche Bewertung, zwei, drei Sätze abgibst, was dir an dem Podcast gefällt. Hast du Themen, die dich weiterhin interessieren, lass es mich wissen, die nehme ich gerne auf und wenn du Freunde, bekannte Arbeitskollegen hast, für die dieser Podcast oder auch dieses Thema Wirecard interessant sein könnte, so sei doch bitte so lieb und teile diesen Podcast und tu denen auch einen Gefallen, damit sie auch diese Informationen bekommen. In dem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal, dein Holger. Bis zum nächsten Mal.